10 Jahre Joke TV. Viel Spass mit dem nächsten Witz von Ueli Schmetzer. Mit dem Titel «Kennst du?» Guten Tag miteinander, mein Name ist Ueli Schmetzer. Ich erzähle einen Witz zum Jubiläum 10 Jahre Joke TV. Ein Berner Oberländer. Ein Witz ist es, es treffen sich zwei im Berner Oberländer. Einer sagt, kennst du Fütz? Er sagt, nein, Fütz kenne ich überhaupt nicht. Dann fragt er weiter und sagt, kennst du von Alme? Er sagt, den kenne ich überhaupt nicht. Dann kenne ich Fütz sogar noch besser. Tschüss.